Der Bürgermeister von Marseille, Jean-Claude Gaudin, ist ein bisschen überrumpelt worden. Ihm war nicht einmal bewusst, was da passierte. Marseille reagiert sehr schnell auf wirtschaftliche Schwankungen. Da ist die Stadt sehr anfällig. Und in den letzten fünf bis zehn Jahren haben die Kriminalität und die Unsicherheit sehr stark zugenommen. Das hat wohl auch damit zu tun, dass Gaudin, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat und von seinem Amt aufgerieben war, das Ausmaß des Problems nicht erkannt hat. Er hat die Verantwortung auf den Staat abgewälzt, indem er sagte, das ist nicht meine Schuld, ich kann nichts machen. Eine Reihe von Sonderpräfekten hat sich abgelöst, auch schon unter Nicolas Sarkozy. So kam eins zum anderen. Jetzt, sagt Jean-Claude Gaudin, ich werde die Polizeistärke erhöhen. Warum hat er das nicht schon früher gemacht? Ich glaube, er hat nicht ganz begriffen, was sich in den Vierteln abspielte. Der nördliche Stadtteil ist nicht nur von ihm, sondern auch schon von Gaston de Fer, einem seiner Vorgänger, vernachlässigt worden. Denn das war die Hochburg der kommunistischen Partei und Gaston de Fer, ein erbitterter Antikommunist. Aus diesem Grund hat man den Stadtteil verwahrlosen lassen. Wenn wir dieses System, das sich als erfolglos erwiesen hat, fortsetzen, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Die Stadt wird in Bach runtergehen. Sie ist in ihrer Geschichte wiederholt von den jeweiligen Regierungen entmündigt worden, weil die hiesigen Leute nicht in der Lage waren, sie zu verwalten. Ich befürchte, dass sich die Krise verstärkt, wenn die gleichen Leute bleiben. Und ja, ich denke daran, wegzugehen. Das bin ich leider schon. Denn es gelingt der Stadt nicht, Arbeitsplätze für ungelernte, für weniger gut ausgebildete junge Menschen zu schaffen. Und es gelingt ihr nicht, ihre Elite zu halten. Wenn sie ein dreijähriges Studium abgeschlossen haben, gibt es für sie absolut keinen Grund, in Marseille zu bleiben, denn es gibt keine Arbeit für sie. Die Stadt schafft es weder, ihre Armen in Arbeit zu bringen, noch die Reichen zu halten. Das ist ein echtes Problem. Daher bleibt alles Potenzial ungenutzt. Die Dynamik der Jugendlichen aus dem nördlichen Stadtteil und die Bildung der privilegierten Jugend der anderen Stadtteile.